ja moin wir grüßen euch wir haben ein bisschen was anzukündigen also die meisten von euch wissen ja schon bescheid ich glaube im september oder oktober schon mal so eine save the date karte zugeschickt auf dem postalischen wege und jetzt ist es soweit dass wir endlich so offiziell unser schulkonzert für dieses jahr ankündigen können es ist ein bisschen mehr als nur ein schulkonzert eigentlich wollten wir im jahr 2020 neben einem tollen schulkonzert auch unser erstes kleines jubiläum mit euch feiern unser fünfjähriges jubiläum sehr gut und das ist natürlich aus bekannten gründen ins wasser gefallen wie euch sicherlich alle denken können das heißt in diesem jahr ist nicht nur schulkonzert angezeigt sondern auch ja mittlerweile nachgeholt fünfjähriges jubiläum wir sind mittlerweile bei sieben jahren und wir wollen einfach ein bisschen mit euch feiern und so weiter und so fort euch erwarten die auftritte der schülerinnen und schüler mit der geilen live band es gibt eine fette guten performance es gibt natürlich auch ein bisschen was auf die gabe kaffeekuchen kaltgetränke und sicherlich auch noch die ein oder andere überraschung jetzt fragt ihr euch sicherlich wo findet die veranstaltung statt ursprünglich hatten wir eine location aus dem schülerrahmen als ja quasi eine art sponsoring zugesagt bekommen leider hat uns im wortwörtlichen sinne mickey maus ein strich durch die rechnung gemacht ja ziemlich genau so nach einigen schlaflosen nächten können wir euch nun verkünden trommelwirbel also ihr hört schon da gibt es einiges worauf ihr euch freuen könnt oder muss man sozusagen 2019 war richtig cool dieses jahr jetzt geil da wird ein abriss und ganz ganz wichtig das wird jetzt nicht jedes jahr so wie in diesem jahr das können wir uns nämlich nicht leisten aber wir wollen auch einfach ja wir wollen mit euch feiern dass wir irgendwie durch diese letzten zwei verrückten jahre durchgekommen sind und immer noch da sind wir wollen uns bei euch bedanken und ja am ende des konzertes sicherlich auch ein hopfenhaltiges kaltgetränk uns genehmigen und mit euch anstoßen für die am socken die an dem tag in quarantäne sind oder im ausland im schüler austausch werden das konzert auch auf youtube live stream wir freuen uns darauf hoffentlich möglichst viele von euch in präsenz begrüßen zu dürfen das wird auf jeden fall ein mega veranstaltung tolles konzert und auch eine tolle kleine party ab jetzt könnt ihr tickets hier im studio von mir bekommen und wenn ihr irgendwelche fragen habt rund um die veranstaltung schickt einfach eine e mail an info at grooves and more.de und ich oder annika werden euch dann alle eure fragen beantworten oder besucht die informationsseite für das schulkonzert link findet ihr hier unten in der beschreibung bis dann und ich hoffe die hier unten in der schule